So Leute, herzlich willkommen auf dem Widerschannel. Wir schauen uns heute die Ducati Monster SP an. Die wurde mir glücklicherweise von Ducati Ingolstadt zur Verfügung gestellt. Ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt das Intro an und danach gehen wir mal durch, was die Ducati Monster SP denn so besser kann oder mehr kann als die Standardvariante. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Motorrad haltet und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt beim Bikeporn. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Ducati Monster SP. Ich bin das normale Modell ja schon gefahren und wenn ihr mehr Informationen über das Motorrad haben wollt, die jetzt in dem Video abgehen, weil ich werde nicht auf alles ganz detailliert, ich werde nur auf die Unterschiede von den zwei Motorrädern zur Standardvariante und jetzt zur SP-Variante eingehen. Dann müsst ihr das Video zur Standardvariante von der Monster anschauen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz an, was wir hier haben. Ducati Monster SP. Wir haben hier einen Testastretter V2 mit 937 Kubik, 111 PS und 93 Newtonmeter. Das Ganze wiegt fahrfertig, vollgetankt 186 Kilogramm. Wir haben einen 14 Liter Tank und das Ganze bei der SP-Variante auf 840 Millimeter Sitzhöhe. Ja und bevor wir jetzt ins Detail gehen, erkläre ich euch bloß kurz in einem groben Umriss, wie sich die SP-Variante unterscheidet. Vielleicht ist das für einen oder anderen jetzt schon wichtig. Standardvariante kostet 12.390 Euro, die SP-Variante kostet 15.290 Euro. Was bekommen wir dafür mehr? Wir haben eine andere Bremsanlage, ein anderes Fahrwerk, also Gabel und Federbein vorne und hinten. Wir haben hier eine Heckabdeckung, wir haben einen Lenkungsdämpfer, einen anderen Fahrmodi, angeblich eine höhere Sitzhöhe, das besprechen wir aber noch. Und einen Terminioni Endschalldämpfer. Das ist es so im Grunde, was den Aufpreis aufmacht und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal im Detail an, ob sich das Ganze genau lohnt. So und dann schauen wir uns noch die Armaturen an. Ja Armaturen, da gibt es nicht viel zu sagen. Es ist eigentlich exakt das gleiche wie bei der Standardvariante, bis auf einen Unterschied. Und zwar haben wir im Menü einen Fahrmodi zusätzlich bekommen. Wir haben Sport, Road und jetzt Wett. Dieser Fahrmodi ist bei der SP-Variante extra dazugekommen. Weiß ich jetzt nicht, was mir das bringen soll, warum das jetzt die Variante mehr hat und die Standardvariante nicht. Alles in allem ist das Menü und der Display, wie ich schon bei der Standardvariante erwähnt habe, wirklich alles sehr intuitiv bedienen. Schaut super cool aus und ist wirklich super ablesbar. Also da gibt es keinen Grund zur Kritik. Funktioniert wirklich top. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem nächsten Thema weiter. Und ja, viel Spaß jetzt bei der Sitzposition. Ja, dann Sitzposition bei der SP-Variante der Monster. Und witzigerweise laut Heft soll die SP ja 840 mm haben und die Standardvariante 820, das heißt 20 mm mehr. Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Ich bin letztes extra nochmal, habe mich dann auf beide drauf gesetzt, nacheinander auf die Standardvariante und auf die SP-Variante. Und ich konnte nicht feststellen, dass es irgendwie merkbar höher wäre. Nichtsdestotrotz, wie im Video zur Standardvariante, sitzt man hier wirklich gut drauf. Es erinnert mich sehr an die 97, 98 Duke-Modelle von KTM. Aber man sitzt echt gut in dem Motorrad, kann sich schön bewegen. Ich bin 1,88 groß, habe damit keine Probleme. Kniewinkel ist voll in Ordnung. Also ich finde die Sitzposition sehr angenehm, sehr sportlich. Sie ist nicht ganz so aggressiv wie auf der Streetfighter, was ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm finde. Mir gefällt die Sitzposition, das habe ich auch schon bei der normalen Monster gesagt. Mehr gibt es da nicht zu sagen, außer dass es eine angenehm sportliche Naked-Bike-Sitzposition ist, die aber nicht zu aggressiv ausfällt. Ja, dann sehen wir hier das Aggregat der Ducati Monster SP. Das ist, wie gesagt, der altbekannte Testa Stratter V2 mit 937 Kubik, 111 PS und 93 Newtonmeter. Der unterscheidet sich nicht zur normalen Monster. Das einzige, was wir jetzt hier zusätzlich bekommen haben. Das ist hier nämlich der Endschalldämpfer von Termignoni. Und ja, schaut cool aus mit den Carbon-Eckkappen. Ob der mehr Sound macht, das schauen wir uns jetzt beim Fahren an. Und dann würde ich sagen, springen wir aufs Motorrad. Ja, beim Motor ist es natürlich so, da ist der altbekannte V2 drin, der auch schon mehrfach irgendwo verbaut worden ist. Sei es in der Supersport, in der Hypermotard und auch in den Monster-Modellen. Motortechnisch unterscheidet sich der Motor auf gar keinen Fall von der normalen Monster. Also es ist wirklich exakt das Gleiche. Es gibt zwei Sachen, die anders sind. Und zwar ist hier vom Elektronikpaket her angeblich ein bisschen feiner abgestimmt für die SP-Variante. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob das wirklich so ist. Es hat damals schon gut funktioniert auf dem normalen Monster. Und das funktioniert hier exakt genauso. Und ich hatte da keine Probleme und jetzt hier auch keine Probleme. Das Einzige, was die SP mehr bekommen hat, ist ein Wet-Fahrmodi. Also ein sogenannter Regenmodus. Ob es den jetzt wirklich gebraucht hätte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie der SP diesen Modus spendiert. Und es ist hier noch, im Gegensatz zur Standard-Variante, ein Termignoni-Endschalldämpfer drauf. Der schaut, finde ich, ganz cool aus eigentlich. Und jetzt fragt man sich natürlich, was bringt einem der Schalldämpfer außer mehr Klang? Und das ist ja eben das. So viel mehr Klang bringt der gar nicht. Also ich würde behaupten, dass der Unterschied marginal ist. Mir ist jetzt kein wirklich großer Unterschied aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Es ist wirklich quasi nicht vorhanden. Das Einzige, wo man es mal ein bisschen merkt, ist beim Runterschalten jetzt mit der Thermianlage. Wenn du bis in den ersten Gang mit Quickshifter runter gehst, dann frötzelst du ja echt richtig krass nach. Das hört sich auch richtig gut an. Aber das ist auch wirklich der einzige Unterschied, den ich irgendwie so ausmachen konnte. Sonst sind die Abgasanlagen, ist da wirklich nur ein marginaler Unterschied. Aber der Auspuff ist dran und hat eine bisschen coolere Optik. Und dann finde ich das auch in Ordnung. Aber Sound braucht man sich da jetzt nicht mehr erwarten. Alles in allem, wie schon auch im Video zur Standardvariante gesagt, der Motor funktioniert astrein. Hat echt gut Drehmoment, hat gut Punch, schiebt gut an. Also die 111 PS gehen echt richtig, richtig gut. Mehr braucht es meines Erachtens auch nicht auf der Landstraße. Der Quickshifter ist ein absoluter Traum. Das Einzige, von der Laufruhe her, kann er jetzt zum Beispiel mit dem Parallel-Zweizylinder von KTM oder so nicht beteiligen. Was ich aber jetzt gar nicht so tragisch finde. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Motorrad ein bisschen mehr Sound vertragen hätte können. Jetzt auch gerade nur in der SP-Variante. Die haben jetzt den anderen Auspuff dran. Aber so richtig viel bringt einem das nicht. Also da hätte, finde ich, gerade bei der SP im Sportmodus noch ein bisschen mehr Krawall sein dürfen. Weil das Motorrad wirklich alles andere als laut ist. Von daher hätte es schon noch ein bisschen mehr sein können. Ja, und dann sind wir schon beim Thema Fahrwerk. Und da hat sich natürlich einiges getan zur Standardvariante. Wie man schon sieht, vorne glänzt es jetzt Gold. Wir haben vorne eine Ölins NIX 43mm Upside-Down-Gabel, die voll einstellbar ist. Und zusätzlich haben wir oben noch an der Gabelbrücke jetzt einen Lenkungsdämpfer montiert. Da, wo ich sagen muss, die Position finde ich so semi-optimal. Der ist von ZF und nicht einstellbar. Aber wir haben ein, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch hinten an. Ja, und hinten haben wir ein Ölins Federbein, das auch komplett in Zug, Druckstufe und Federvorstandspannung einstellbar ist. Das unterscheidet sich natürlich auch zur Standardvariante. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, beim Fahren, wie sich das Ganze so verhält. Und ob das auch sein Mehrpreis wert ist. Ja, und nachdem wir jetzt den Unterschied beim Fahrwerk gesehen haben, stellt sich natürlich die Frage, merkt man den auch beim Fahren? Und ich muss ehrlich sagen, den Unterschied habe ich schon nach den ersten 100 Metern feststellen können. Weil das Fahrwerk einfach ganz anders anspricht, wie in der Standardvariante. Und ich muss auch echt sagen, das Fahrwerk ist der größte Kaufgrund für die SP-Variante meines Erachtens. Weil das Ölins Fahrwerk in dem Motorrad wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Da, wo die Standardmonster angefangen hat, das Fahrwerk ein bisschen unruhig zu werden, das macht halt das hier, interessiert das Fahrwerk gar nicht. Das Fahrwerk macht einen super souveränen Eindruck, ist knackig abgestimmt, aber nicht zu immens hart. Also es ist schon eine sportliche Abstimmung, aber ich finde sie jetzt nicht übertrieben. Das kann man jetzt auch in der Serieneinstellung schön auf der Landstraße fahren, weil es eben trotzdem relativ feinfühlig anspricht, aber wirklich recht straff abgestimmt ist. Und das für mich macht es halt auch aus, also dass es nicht über alles drüber hoppelt, sondern dass es wirklich diese leichten Schläge ganz fein wegfedert und dämpft, aber dann halt quasi gute Straffheit bietet. Boah, das Eck hier ist echt saueng. Hilft dem Motorrad sehr, das Serienfahrwerk war auf gar keinen Fall jetzt oberschlecht. Damit konnte man wirklich gut fahren, aber für alle Leute, die sportlich unterwegs oder sehr sportlich unterwegs sind, macht das Ölins Fahrwerk, finde ich auf jeden Fall Sinn. Weil das echt eine krasse Souveränität in das Motorrad reinbringt und dem Motorrad echt gut tut. Also das, was mir so ein bisschen an der Standardvariante gefehlt hat, ist, glaube ich, macht das Fahrwerk wirklich wett, weil das echt saugut funktioniert. Und hier zum Beispiel die Straße ist wirklich alles andere als gut vom Zustand und auch von den Bodenwellen und das Schluck des Fahrwerks so gut weg. Also das macht wirklich sehr viel Spaß. So, jetzt kommen wir noch zur Bremsanlage. Und wie man schon sieht, ist hier Brembo-Ware vorne verbaut. Wir haben eine 320-mm-Scheibe mit einer Brembo-Stylema-Bremsanlage und Stahlflex-Bremsleitungen. Oben haben wir dann noch eine radiale Brembo-Bremspumpe verbaut. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch die Hinterradbremse an. Ja, und hinten haben wir die 245-mm-Scheibe auch mit einem Brembo-Bremssattel, der sich meines Erachtens, glaube ich, nicht von der Standardvariante unterscheidet. Ich kann mich aber auch täuschen. Wenn, dann blende ich das jetzt hier ein. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aufs Motorrad und schauen wir mal, wie die ganze Schoße so bremst. So, und wenn wir hier schon jetzt im kurvigen Gebiet sind, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie die Bremse so funktioniert. Im Realbetrieb haben wir hier auch aufgerüstet zur Standardvariante. Und ja, die Aufrüstung ist jetzt nicht so krass vom Unterschied, wie zum Beispiel der Unterschied beim Fahrwerk. Aber man merkt ihn und es tut dem Motorrad aufgrund des besseren Fahrwerks auch gut, dass jetzt hier nochmal eine bessere Bremsanlage drauf ist. Allerdings muss ich sagen, ich habe wirklich erwartet, nachdem es ja ein Dilemma ist, dass der erste Biss ein bisschen giftiger ist. Aber es ist wirklich, geht relativ sanft, der erste Biss. Aber man braucht trotzdem wenig Handkraft. Also ich finde das im Nachhinein gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen sanfter zu werke geht am Anfang. Aber die Bremse ist wirklich, ist wirklich super. Das kannst du immer mit zwei Fingern bremsen, super transparent, ja, geile Verzögerung, mach genau das, was ich soll. Wobei ich sagen muss, dass jetzt nur die Bremsanlage den Kaufpreis nicht recht, oder diesen Mehrpreis nicht rechtfertigen würde, weil nämlich die Bremsanlage auf der Standardvariante auch alles andere als schlecht war. Von daher denke ich, dass man hier hauptsächlich einen Performancegewinn in Sachen Langlebigkeit der Bremse hat, was jetzt zum Beispiel bei Dauer, was ich jetzt auf Dauerbelastung beziehe. Wenn man halt wirklich die Bremse krass fordert, gerade jetzt auf Rennstrecke, Dauerbelastungen aussetzt, dann hält die Style Lema auf jeden Fall wahrscheinlich viel länger durch, wie die Standardbremse, die Brembo M4.32, die auf der normalen Monster verbaut ist. ABS funktioniert auch richtig gut, ist in mehreren Stufen einstellbar. Also da, das lässt auch keine Wünsche offen und ist auch abschaltbar. Also hier braucht man sich keine Gedanken machen. Das Ganze lässt sich ganz easy im Menü abschalten. Das funktioniert alle wirklich tadellos. Ja, dann kommen wir zum Fazit. Und man darf halt nicht vergessen, dass dieses Motorrad knappe 3.000 Euro mehr kostet als die Standardvariante. Und man muss sich da wirklich Gedanken machen, ob einem das Ganze jetzt mehr wert ist, bessere Bremsen, besseres Fahrwerk, hier einen Terminioni-Auspuff dran zu haben, einen Lenkungsdämpfer. Und wenn einem das das wert ist, dann auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen macht das Sinn, für wen macht das keinen Sinn? Oder ist es sogar besser wie die Streetfighter V2? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Und zwar würde ich sagen, dass 80% der Ducati Monsterkäufer wahrscheinlich die SP-Variante gar nicht brauchen, weil die mit der Standardvariante so zufrieden sind und die alles abdeckt. Für Leute, die sehr sportlich unterwegs sein möchten, finde ich, macht die SP-Variante auf jeden Fall Sinn, denn man hat ein einstellbares Fahrwerk, das nebenbei halt auch super gut funktioniert. Das muss man wirklich sagen. Und man kann sich einfach mehr mit dem Motorrad spielen. Das Ganze ist natürlich dann mit einem Aufpreis von 3000 Euro kombiniert. Ich finde, dass es auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Ich würde mir die SP-Variante kaufen, weil mir bei der normalen Standardvariante so ein bisschen das gewisse Etwas eben abging. Ich konnte es damals nicht genau beschreiben, was das denn jetzt war. Aber alles im All muss ich sagen, habe ich dieses Will-haben-Gefühl bei der SP-Variante deutlich mehr wie bei der Standardvariante. Weil bei der Standardvariante, da hat irgendwie alles funktioniert. Es war auch nicht schlecht, aber es hat mich jetzt nichts aus der Reserve geholt, wo ich eben sagen würde, boah, das ist es jetzt, das würde ich mir kaufen. Und das ist halt hier eben schon der Fall. Also da muss ich sagen, das Fahrwerk in Kombination mit dem Handling, was ich ja damals schon bei der Standardvariante angesprochen habe, dass das so gut ist, das ist halt hier jetzt nochmal, jetzt kommen wir in den Punkt, wo ich sage, jetzt wird es richtig geil. Weil das hier halt alles wegbügelt, es funktioniert super gut. Also das macht schon wirklich, wirklich Bock. Und jetzt ist noch die Frage, ersetzt das jetzt oder ist es besser wie die Streetfighter? Und das würde ich mit einem klaren Jein beantworten. Denn die Geometrien der zwei Motorräder und die Art, wie sich die Motorräder fahren, sind grundverschieden. Die Monster hat mehr Druck aus dem Keller, die Streetfighter halt erst wirklich oben raus. Die Sitzposition bei der Streetfighter ist aggressiver wie bei der Monster. Ich ehrlich gesagt wüsste es nicht, für was ich mich entscheiden müsste. Ich glaube aber, wenn ich jetzt heute in Anbetracht auch der Kosten mich für eins der zwei Motorräder entscheiden müsste, sei es jetzt Streetfighter V2 oder die Monster, ich glaube, ich würde mich fast für die Monster entscheiden, weil das Ding wirklich so unmenschlich gut fährt, gerade die ESP-Variante jetzt. Und ich diese mehr Spitzenleistung nicht brauche, ich habe lieber mehr Bums im Keller. Also würde ich mich wahrscheinlich für die SP-Variante von der Monster entscheiden, anstatt für die Streetfighter V2, zumal sie dann auch noch günstiger ist. Ja, so viel zum Thema Ducati Monster SP-Optik. Natürlich ein Highlight. Und ja, ihr schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der SP-Variante haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bald wieder in einem neuen Video. Danke fürs Zuschauen. Servus. Tschüss. 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 Tschüss.